Es ist Zeit. Wir haben Tag 19, 94. Wir werden heute nicht aufhören, bis wir Tag 2000 erreichen. Gegebenenfalls auch noch ein bisschen drüber, weil ich fände es ein bisschen schade, jetzt so früh aufzuhören heute. Müssen wir mal gucken. Kommt drauf an, was wir heute vorhaben. Ich habe viel überlegt, aber mir fällt jetzt echt seit nichts ein, was in den Rahmen passt. Deswegen würde ich einfach Business as usual machen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, da werde ich vielleicht auch mal ein paar Bautos verlieren. Ich bin mit den Tagejubiläen, ich finde es inzwischen eigentlich eher anstrengend. Also auch bei anderen Streamern. Deswegen, wir haben hier, genau, wir haben die Steine. Ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht für die Sockel von den Statuen beim Kartenschrein. Und deshalb habe ich mir da ein paar Ideen bekommen. Ich muss mal gerade nur gucken. Vielleicht prototypen wir es heute mal mit dem ersten von den, äh, von den Sockeln. Erstmal müssten wir sowieso das, äh, wow. Also das mit dem Licht ist immer noch gewinnungsbedürftig. Glas müssten wir ja haben. Man sieht das übrigens hier auch, äh, total toll mit dem farbigen Blocklicht. Also es wird auch von dem Glas eingefärbt. Deswegen, das wird sehr cool, wenn das so funktioniert mit den Statuen, was ich mir da überlegt habe. So, pass auf. Wir nehmen mal, äh. Achso, hier kommt noch nach. Moment. Ja. So. Boom. Acht Stacks. Haben wir auch noch, ja, wir haben auch noch achtmal Zy... Warte, ist das Zyran oder ist das hellblau? Wir wollen hellblau. Wir wollen hellblau Farbe. Und was wir brauchen ist Smoothstone. Weil ich hatte überlegt, die Statue selber wird wahrscheinlich normalen Stein benutzen. Aber ich glaube, der Sockel sollte schon irgendwie Smoothstone nehmen. Dass die sich auch ein bisschen unterscheiden. Wait. Wir brauchen mal eben ein Crafting-Table. So. Haben wir noch kurz irgendwo eine Schulkerbox? Es wäre sinnvoll, eine Schulkerbox irgendwo zu haben. Zum Beispiel hier. So, da war wieder nichts. Haben hier noch ein paar Slots frei. Ich glaube, ich muss auch noch mal ein bisschen Smoothstone prophylaktisch mal vorbereiten. Aber wenn wir in Zukunft die Tage sowieso egal sein können, dann kann ich auch wieder guten Gewissens die Farm-AfK nutzen. Ja, also das mit dem... Es hat hier gerade schon ein bisschen was von Rotlichtmilieu. So. Aber das gefällt mir. Das mit dem lila Licht hier vom Portal. Dass das kein Basic-Feature ist. Das ist eigentlich Verbrechen. Anayaguar, dankeschön für die Bits. Für die Chinchillas habe ich tatsächlich gestern noch neuen Sand bestellt. Die sind gestern bestellt und heute bezahlt. So. Wir haben jetzt beim letzten Mal hier die Infrastruktur ein bisschen ausgebaut. Ähm, warte. Wir machen mal kurz. So. Boom. Ja, also das ist nur noch gewöhnungsbedürftig. Not gonna lie. Und wir haben Polarlichter. Stimmt. Ich hab... Das fällt mir... Also wir haben Nacht. Ähm, nicht wundern, dass wir die Polarlichter und das sieht man jetzt häufiger, weil ich hab biomspezifisches Wetter ausgeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt immer die Polarlichter. Ich fand die einfach zu schön. Ich muss aber zu beonest sagen, ich glaube, ich finde die gerade sogar ein bisschen zu... Häufig. Wie sieht's jetzt aus? Ähm, Spiel jetzt. Ja. Hydrieren. Einen Moment. Also jetzt... Es ist halt mit den Polarlichtern, wenn man die dauerhaft hat, doch ein bisschen zu... viel, finde ich. So, jetzt müssten wir mal kurz wissen... Welche von denen ist die blaue Statue? Nein, nicht das. Scratic Placements. Okay, blau. Okay, ja, hier hab ich auch die Seelaterne. Ich bin so blöd, was ich... Apropos Seelaterne. Was sollte ich vielleicht mitnehmen, wenn ich ein... Wenn ich die blaue Statue bauen will? Ich sollte vielleicht dann auch Seelaternen mitnehmen. Oder hab ich welche? Wobei, ich hab welche in meinem... In meiner Lichtkiste, richtig? Ja, ein paar. Ich weiß nicht, ob das genügt. Es könnte zu wenig sein. Soll ich nochmal welche holen gehen? Wir gehen mal gucken. Haben wir... Ich hab, im Neta-Monument liegt gerade nichts, oder? Wobei, wir können ja vom Neta aus... Wir haben ja den Kill-Mechanismus in den Neta verlegt. Deswegen können wir da... Ja, auch grad mal gucken, ob da die Sachen liegen. Weil dann holen wir nochmal ein paar Seelaternen mehr. Ich weiß nämlich nicht, wie viele wir brauchen werden. Weil der Sockel wird nicht das Problem. Aber beim... Äh, bei... Bei der Statue selber wird die Musterung ein bisschen das Problem. Wenn wir es korrekt machen wollen, dass es auch... Leuchtet mit Glas drüber. Weil dann müssen wir das Leuchtmittel ja ein bisschen... In die Statue reinsetzen. Das ist aber auch sehr safe, was ich hier gemacht hab. Und eigentlich sollte ich wahrscheinlich auch hier mal, ähm... Ne? Komposter drüber setzen. Andererseits sind wir ja nicht ständig hier. So, es ist... Es ist nicht so viel, was wir hier haben, ne? Ach, hier hab ich so... Wow. Hier hab ich an Komposter gedacht. Hier nicht. Kann mir mal jemand erklären, was... Was ich hier... Was ich hier eigentlich mache? Ich muss grad an dieses... Dieses Video denken hier. Ich... Ich mach nur Scheiße. So, jetzt muss ich mir grad irgendwo einen Crafting-Table einbringen. Ohne dass ich... Blöcke entferne. Aber auch ohne dass ich eine Spawn-Fläche erzeuge. Ähm... Pass auf. So. Müssen wir dran denken, dass es den gibt. Wow. 14. Ja, vielleicht sollte ich auch nochmal hier die, äh... Die Farm nochmal benutzen. Aber hab ich ja bis jetzt nicht gemacht, weil ich wollte nicht die Tage künstlich hochtreiben. Vor allem halt nicht, wenn... Absehbar ist, dass wir die 2000 Tage erreichen. Was aber auch, äh... Schon wieder ewig der Fall ist, weil ja so lange Pausen waren. Weil man dazu sagen muss, dass der Tag-Counter ja auch nur eine sehr begrenzte Aussagekraft hat. So, wir haben hier noch ein paar Seelater... Tja, ähm... Ja, okay. Das Parallax-Occlusion-Mapping hier wirkt, glaub ich, ein bisschen... Weird. Als ob... Ich hab schlicht nicht... Achso, aber ich hab hier... Warum ist hier Stein drin? Okay, ich hab, äh... Ich hab noch Prismarinen-Kristalle, aber ich hab keine, ähm... Keine Seelaternen daraus gecraftet. Das ergibt sogar Sinn. So. 140 Stück. Oder 142 müssten es sein. Das sieht doch gut aus. Ähm... Nahrung. Sollte ich vielleicht gerade mal auffüllen. Wir müssten ja in der Ender-Chest... Was haben. Hier. Hua! Hilf... Äh... The fuck? Excuse me. Warum stecke ich im Boden? Wait. Oh mein Gott. Ich hab... Ah, ich... Okay. Ich merke, was los ist. Okay. Diese Mod fliegt sowas von raus. Diese Mod fliegt sowas von raus. Holy shit. Das wäre eine sehr, sehr, sehr beschissene Art gewesen, drauf zu gehen. Also nur mal zur Info. Ich hab irgendwann mal ne Mod installiert, dass du auf Treppen und Stufen sitzen kannst. Weil ja... Die werden ja oft als, äh... Bänke. Als Bänke benutzt. Wie ich gerade feststelle, glitscht man sich damit nicht nur mal eben schnell in den Block rein. Ich hab mich ja gerade damit durch den Boden geglitscht. Das ist sowas von brandgefährlich. Also... Ne. Die fliegt raus. Die fliegt nach diesem Stream sowas von sofort raus. Also was wäre denn das für eine Todesursache, bitte? Hardcore-Streamer stirbt nach 2000 Tagen, weil er sich hingesetzt hat. Ich meine, das wäre wahrscheinlich... Das würde wahrscheinlich viral gehen, aber... Das ist nicht die Art und Weise, wie ich diese Welt verlieren will. Gestorben durch Hinsetzen. Genau. Also entweder, weil ich mich in ne Wand dadurch... In ne Block dadurch reinglitsche. Oder... Halt, äh... In... In... Durch den Boden am besten in die... Wobei, die Lava wäre nicht schlimm. Weil ich hab Feuerschutz dran. Da bin ich dabei, also... Aber Tod durchsitzen wäre halt schon... Das würde... Das würde mich... Das würde mich doch... Das Internet nie wieder vergessen lassen. Das würde ich doch nie downliven. So. Wenn du an einem gesetzenden Gesicht rumspielst, dann kommst du von mir was auf die Finger. Ich hab ja keinen Look auf schwarze Löcher oder seltsame Quarks. Ja. Das wäre auch als Death-Message wichtig. Witzig. Ja. Ich frag mich gerade echt, weil, äh... Also es wäre ja Suffocation in dem Fall gewesen. Aber Suffocation während du sitzt. Also das müsste eigentlich schon fast ne eigene Death-Message sein. So, pass auf. Wir müssen unbedingt auch mal... Ich muss zu Raid fahren. Ich muss meine Erfahrung wieder hochpushen. Ich hoffe ja, dass du auf die... Auf die Welt auf eine Art verlierst, an der ich schuld bin. Das ist aber auch, ähm... Hochgradig, äh... Chaotisch. Kann ich jetzt Lightmatica benutzen mit Shadern? Nee, ne? Das sieht, ähm... Das sieht sehr sketchy aus. Naja, also als Orientierung sollte es ja eigentlich genügen. Wir machen mal gerade Replay-Mod an. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es verwenden werde. Sind eigentlich noch Bauprojekte offen? Oh, einige. Also gerade halt, was die Maya-Stadt angeht, sind es einige. Pass auf, wir bauen erstmal den Sockel. Dass wir oben was haben, wo wir landen können. So, pass auf. Okay, ganz ehrlich, das fuckt gerade dezent ab. Mit, ähm... Ich will es noch nicht komplett bis zum Boden durchziehen. Also noch nicht jetzt. So, an dem einen vorbei. Ich wünsche dich nach 2000 Tagen ohne Schlaf mal hinsetzen. So, heute hast du Pause verdient. Mhm, am besten setze ich mich in eine Wand. Okay, ja, das ist schon extrem religi hier. Okay. Das ist gerade wie so ein MC Escher-Gemälde. Pass auf, ich brauche, ich brauche auch hier. So. Das ist gerade eh Blödsinn, was ich mache. Aber okay. Andere sterben in Minecraft, Episch und Spinny, in dem er sich hinsetzt. Genau. So, pass auf. Acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Ja, pass auf. Dann hat das ein bisschen mehr Form, dann ist es nicht so eckig. Das ist vielleicht ganz gut. Also ich habe nur sehr, sehr grob geplant. Ich glaube, jeder mögliche Tod in Minecraft sieht lame aus. Ich sage mal so, die meisten Hardcore-Tode, die ich sehe, die sehe ich halt und denke, wow. Das war zu 100% vermeidbar. Ich meine, das, was bei Walk of Extroud passiert ist, der hat eine Welt durch die Explosion von Miver verloren, durch die erste. Da hatte ich selber nicht auf dem Schirm, dass die so krass reinhaut. Aber sonst denke ich mir halt so, ja, ihr habt halt, ne, ihr habt halt maßlos übertrieben. Na gut, das ist wahrscheinlich auch irgendwo Kalkül. Und was halt noch dazu kommt, ähm, viele Leute verlassen sich halt viel zu sehr auf ihre Totems. So. Die Frage ist, wenn ich das jetzt so hochziehe, ich weiß nicht, ob das genug, ähm, ob das, äh, ob das von der Form nicht ein bisschen zu langweilig ist. Auf der anderen Seite sollte ein Sockel ja nicht zu krass sein, weil er ja nicht von der Statue ablenken soll. Ist jetzt so mein Gedanke. Und natürlich darf der Sockel halt nicht erst bei der Wasseroberfläche anfangen. Also den müssten wir dann auch runterziehen. Was aber vielleicht auch von, aus der Entfernung vielleicht ganz cool aussieht, wenn dann das, äh, äh, das Leuchten dann auch dabei ist. Pass auf, wir machen erstmal gerade nur die Vorder-, oder? Vorderseite? Ja, ja, Vorderseite müssen wir machen, weil alles andere, ähm, ist Blödsinn. Ähm, Moment. So. Und wir machen hier mal kurz den. Jetzt bin ich, denkst du wirklich, du schaffst es aus Versehen, einen Sockel zu bauen, der interessanter ist, als die Statue, die drauf steht. True. Ja, ich denk mir halt so, also das Ding ist, die Leute reden halt die ganze Zeit so von, äh, wegen hier mit Textur und, äh, und das es nicht zu gerade aussehen soll und hast du nicht gesehen und mit ihren Blockpaletten. Zum Beispiel, ich find, die meisten Blockpaletten, also die triggern mein OCD einfach aus dem Grund, also, wenn du, wenn du nur auf die Farbe guckst, ja, aber wenn du halt auch das, auch das Material sinnvoll zueinander passen soll. Also, wenn du dann irgendwie irgendwelche Gesteinsarten zusammen mit Birkenholz, also hierhin mit Gesteinsarten und dann irgendwie Birkenholz und Knochenblöcke und halt was sonst noch alles so weiß oder grau ist zusammen mischst. Und ich mir denke, diese Blöcke gehören, find ich, in der Regel nicht, äh, nebeneinander. So, das kann, das triggert mich dann auch schon wieder so ein bisschen. Und ich denk mir so, ja, also vom Farbverlauf her, äh, stimmt das, aber es ist für mich von Material her nicht, äh, stimmig. Und das, was die Leute dann, wenn sie dann tiefer einbauen wollen, dann übertreiben sie halt oft, find ich, total mit, äh, mit Trapdoors und Streppen und Stufen und Zäunen. Und vor allem, das triggert mich vor allem, wenn Leute das dann ganz am Anfang bei ihrem Starterhaus machen, in Hardcore, wo ich mir denke so, Bro, du hast noch eigentlich gar nichts, du hast nicht mal wirklich Holz in dem, äh, irgendwie in der Menge, aber du verschwendest dann halt für deine Wände dann irgendwie die Trapdoor, wo du dann schlicht aufpassen musst, dass du nicht versehentlich deine Wand aufdrückst, weil du einmal rechts klickst. Also deswegen baue ich halt auch irgendwie so nicht so gerne. Äh, muss ich vielleicht doch noch einen rausziehen? Aber dann wird die, äh, dann wird die Seite natürlich auch wieder krasser. Du wirst mir nicht vorstellen, wie ich meine Blöcke her stelle. Ich werde jetzt einen Knochenblock neben einen Birkenstamm da ziehen, du kannst nichts dagegen tun. Ich habe ja nicht gesagt, dass du das nicht tun darfst. Also, wirklich, das habe ich doch nicht gesagt. Replay-Mod. Ach, warte. Das, das geht gerade aber nicht. Key Binds. Replay-Mod. Weg damit. Was finde ich mit, diese scheiß Event-Marker, ich benutze die nicht. So, aber was ich eigentlich haben wollte, Schematics. Ignore Entities. So, dass dieser blöde Zombie da nicht steht. So, wir haben einfach jetzt schon über einen Stack Seelaternen benutzt. So, gleich wird nach. Da können wir eigentlich ja schon mal den, gleich den, äh, die Belichtung checken, wie das aussieht. Die Frage, die ich mir halt stelle, äh, nein, du sollst nicht dem, so. Ähm, das Ding ist, will ich, also wenn hier die Füße sind, von unserem Dude, dann verdecken die ja so, so, so verdecken die ja, äh, dann hier, aber hier ist sowieso nicht wirklich eine Fläche zum draufstehen. Also, wir haben ja hier höchstens nur diese kleine Randfläche. Vergiss die weißen Wollbeck und Betonblöcke nicht. Ja, das auch noch. Ich weiß nicht, Leute, sollte es größer sein, sollte es kleiner sein, dass, also, dass hier die Ecke praktisch mit dem Fuß von der Statue, dass das bündig abschließt. Ich denke, eigentlich sollte der Sockel ein bisschen größer sein von der Fläche als, äh, die Statue, also, dass, zumindest der Teil der Statue, der drauf steht. Wenn wir die Arme und den Kopf noch mit einbeziehen wollen, dann müssen wir eh nochmal größer machen. Ich bin da gerade sehr überfragt. Also, im Moment wäre mein Gedanke, mindestens nochmal einen Block in jede Richtung raus. Also, dann müssen wir die Wand hier auch nochmal abreißen. Wird das dein MC-Skin oder wird das MC-Steve? Weder noch, aber es ist eine Skin-Statue. Und wenn man weiß, was es mit dem Schrein auf sich hat, dann weiß man auch, was ich hier vorhabe. Nee, das ist mir, also, das ist mir gerade... Wir gucken, wir springen mal kurz runter. Also, ich finde, von der Belichtung sieht das schon... Also, von der Belichtung her erzielt es, finde ich, den gewünschten Effekt. Noch besser wäre es, wenn die, wenn die, äh, wenn die Laternen sich, äh, verbinden würden. Aber die haben keine Connected Textures. Und ich würde schon gerne auch den, äh, einen Laternenblock mit der korrekten Farbe verwenden. Weil ja auch davon die Lichtfarbe wiederum abhängig ist. Und die ist für dieses Projekt wichtig. Ich würde sagen, ja, wir ziehen es noch auf jeden Fall nochmal eins nach vorne, eins nach hinten und eins zur Seite mindestens. Wobei ja eigentlich ein Sockel, dann machen wir so schon den kompletten Grundriss, der das Dings abdeckt. Aber dafür müsste er, finde ich, halt, äh... Wobei, so, ach, macht eigentlich Sinn. Also, wenn wir praktisch hier das komplette Ding machen... Dann hat der Sockel auch eine gewisse... Fläche. Und da ist... Okay, du bist... Ich dachte erst, das wäre ein Baby. Ich dachte erst so, hä, können Baby-Drown tatsächlich einen, einen, einen Trident tragen? Aber war nicht so. Okay, da drüben habe ich die Insel irgendwann mal mit Fackeln bedeckt. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Okay. Das heißt, wir bauen nochmal alles ab. Das wird lustig im Replay-Mod-Footage. Aber wir wissen schon mal, dass mein Plan mit dem, mit der Lichtfarbe funktioniert. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ja, das habe ich verpasst. Ich habe überlegt, wie wir das hier weiterziehen. Wir planen mit der kompletten Grundfläche des Dockhills, der Statue. Das macht viel mehr Sinn. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier keine Haste-Beacon haben. Dann könnte ich auch jetzt hier die ganze Scheiße ein bisschen schneller abbauen. Okay. Ok, wenigstens geht es Movestone ziemlich schnell mit dem abbauen, selbst ohne Beacon. Ich habe leider nicht zugehört, was du gesagt hast, kannst du es bitte wiederholen. Entschuldige, was? Plot Twist. Ich finde am Ende des Streams raus, dass ich die ganze Zeit auf Mute war. Das war so klar, dass das jetzt kommt. Und ne? Okay, wow, stimmt. Mit Smite sind das ja alles One-Tabs. Was? Alter! Kannst du vielleicht nicht? Danke. Ja, das ist korrekt. Sag mal. So viele Drowned. Ja. Sobald ich das richtig sehe, sind wir damit? Genau. Das ist genau korrekt. Ich habe Wahnvorstellungen darauf, wie du redest und die stimmen zufälligerweise exakt mit der Realität überein. Ich frage mich gerade echt, ob es einen Begriff gibt für Wahnvorstellungen, die zufällig stimmen. Also von wegen, du hast die Vorahnung, du hast praktisch eine Art Vorahnung, die du aber eigentlich mit dem Wissen, was du besitzt, nicht haben kannst. Oder es entspricht der Realität aber in einer ganz anderen Weise, als du denkst. Huch. So. To be honest, ich glaube, wir können diesen Bild aber hier jetzt noch gar nicht vollenden, weil ich glaube, wir haben nicht genug Seelaternen. Das wird doch hier jetzt nicht etwa zu einem Sixth-Sins-Verschnitt. Ähm, das kann ich dir nicht sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber das war doch, ich kann tote Menschen sehen, oder? Ah, ja auch. War der aber nicht, war der von M. Night? Oder denk ich an einen anderen Film. Ja, aber mit Bruce will das in der Hauptrolle. Äh, äh, ja genau. Okay. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass Sixth-Sins doch irgendwie der eine, also inzwischen hat ja, äh, gab's ja auch einen anderen Film, ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß, wo M. Night mal tatsächlich einen guten Twist hinbekommen hat. Das ist ja eigentlich immer das, woran seine Filme sonst immer gescheitert sind. Aber soweit ich mich erinnere, äh, war ja eigentlich das Sixth-Sins ja auch immer der Film, bevor alle gemerkt haben, okay, das, wenn M. Night irgendwas macht, dann ist es nie zufriedenstellend erklärt. Am Ende. Ist der Anfang einer Träger? Okay. Schläfst du in Minecraft auch mal oder ist überbewertet? Ich hab tatsächlich auf, vor einiger Zeit aufgehört zu schlafen. Nicht aus, weniger aus Prinzip. Einfach mehr, um die Zeit halt besser zu nutzen. Bis zu den Tagen. Und dann hab ich halt irgendwann gesagt, ich mach Phantome aus, weil es mich zwingt zu schlafen, wenn ich nicht ständig belästigt werden will. Und ich hab gesagt, es ist zwar dann vielleicht nicht mehr rein Hardcore für manche Leute, aber ich denke halt, es setzt mich eigentlich größerer Gefahr aus, weil das eine viel höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt, dass ich nachts baue und dann halt von anderen Sachen angegriffen werde. Also Phantome hätten wahrscheinlich mich nicht getötet, sondern einfach durch ihre Existenz wahrscheinlich dazu geführt, dass ich diesen viel, viel sicheren Spielstil spiele. Und ganz ehrlich, ich nehme das niemandem übel, der Phantome abschaltet, weil das, sie fügen in ihrem jetzigen Zustand dem Spiel einfach nichts hinzu. Sie zwingen dich auf eine langweilige Art und Weise zu spielen. Das ist das einzige, was sie erreichen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Wie viele sind dazwischen? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, vor allem, wenn alle es auf die gleiche Weise spielen, ist es halt auch irgendwie lame. Aber was ich, das ist auch das, was ich meine mit dem Tag-Counter. Verwechselt habe ich an, ach so, okay, unbreakable war das. Ähm, das mit dem Tag-Counter. Ich habe die Tage zu so einem Data-Pack ein Video gesehen, das sah sehr interessant aus. Also es hatte zum Beispiel so Features wie das, wenn du im Neta bist, dass du anfängst zu verwesen. So diesen River-Effekt. Was aber auch Mobs betrifft, insbesondere Skelette. Und dann dachte ich mir so in dem Moment, warte, heißt das, ich kann in diesem Data-Pack eine River-Skelett-Farm bauen, in dem ich einen Skelett-Spawner finde und den mit einem Neta-Portal ausstatte, das mir die Skelette in den Neta schickt, ohne dass ich irgendwie einfach nur überall Slaps im Neta verteilen und das Ding komplett verunstalten muss, weil das wäre irgendwie cool. Und was dieses Data-Pack auch macht, ist, dass die Tage länger sind. Ich glaube standardmäßig sogar eine Stunde oder so. Das hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit als jetzt hier. Das sind die anderen zwei Filme, in denen Bruce nicht scheiße ist. Das ist ein Breakable Sixth Sense. Das ist ein Breakable Sixth Sense. Das hat auch Stunde. Ja, das wäre schon irgendwie... Ja, ganz ehrlich, bei diesen Datapacks, also das war schon verlockend, damit nochmal irgendwie eine Welt anzufangen. Nur das Ding ist, mit diesen Datapacks oder generell mit Mods, du kommittest dich halt eigentlich immer auf eine Minecraft-Version. Und das ist halt für mich ein Dealbreaker. Auch wenn die letzten zwei Updates jetzt nicht bahnbrechend waren. Neue Challenge stimmt jetzt dafür ab. Das Ding ist, es wird sich auf einer Challenge nichts ändern, außer halt ganz am Anfang, gerade wenn du nicht schläfst, ist halt, du halt dich länger in irgendwelchen Löchern verschanzt. Was das Datapack zum Beispiel auch hat, ist, dass manche Zombies dich tatsächlich mit einem Zombie-Virus infizieren können, was dich halt auch wirklich töten kann. Das heißt, du musst dich unter Umständen halt so ähnlich selber heilen, wie wie du es mit den Villagern machst. Pass auf, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Zeug. Minecraft muss endlich ein finales Update bringen, damit Modders dann in ein gutes Spiel umwandeln können. Uff. Pass auf, ich nehme das mit. To be honest, also ich weiß nicht, letzten Update, also manchmal habe ich bei Mojang einfach das Gefühl, die machen den, ihren Content nach der Regel, wir haben da gerade Bock drauf. Was manchmal gut sein kann, aber zum Beispiel bei 1,20, ich meine, ja, die Kirschbäume sind geil, also das haben ja auch viele Mods schon gehabt, aus gutem Grund, Kirschbäume sind cool, aber Kamele, wo ich mir denke, ja gut, ein Wüstenmob, mehr Mops für mehr Leben in der Wüste ist gut, aber es gibt schon Llamas, es gibt schon Parkesel, die sind komplett worthless, weil du keinen Bock hast, die KI von anderen Mops zu babysitten. Und Kamel, das wird eh nie wieder, das wird nie wieder geupdatet, glaube ich. Also nicht in irgendeiner Weise substanziell ist. Ich bezweifle auch, dass, also das sind so viele Sachen, also zum Beispiel auch Potions, ist mir die Tage immer bewusst geworden. Wir haben ja jetzt Packed Snow, was ja auch eine Todesursache sein kann. Das habe ich jetzt die Tage bei Loony gesehen, weil er das, den Tötungsmechanismus von seiner, von seiner Hexenfarm geändert hat. damit die nicht mehr durchheilen können. Weil gegen Lava machen sie sich ja immun mit Feuerschutztrank. Ich glaube, eine Wurverose alleine ist relativ, ist ziemlich langsam, weil sie, wie gesagt, sich halt durchheilen. Und ich glaube, dann hat er die Kombination aus Wurverose und diesem Powdered Snow genommen. Wann baust du mit Kirschholz? Ich muss erst mal auf 1, auf 1, 20 updaten und dann ein entsprechendes Biom finden. Ich will auch tatsächlich eine Ancient City bei Zeiten mal finden und auch restaurieren. Ich muss dazu sagen, ich mag es eigentlich ziemlich gerne, bestehende Strukturen zu restaurieren. Da hat man durchaus Interpretationsspielraum, aber da hätte ich irgendwie so ein bisschen so einen Malen-Nach-Zahlen-Aspekt. Aber was ich dann halt meinte, ist, Witches können ja verschiedene Tränke benutzen, was cool ist, was eigentlich Potenzial hätte für einen kompletten Miniboss, dass die halt mal richtig reinhauen. Wir brauchen mehr Smoothstone. Also das, das wird nicht reichen, was wir hier haben. Ähm, warte, so wollen wir, dass das oben, wobei wir können vielleicht oben das, wir können die Maserung vielleicht noch weiterführen. Wir gucken gleich mal. Erstmal muss die Wand hoch. So, das ist ein, das ist ein bisschen weiterführen. Ähm, so. Wo war ich? Ich war bei den, bei den, äh, bei den Tränken. Dann hab ich mir überlegt, wir haben Feuerschutztränke. Wieso haben wir nichts gegen Frost? Also da hätten ja auch die Hexen was gegen Frost. Und dann würde auch zum Beispiel dieser Tötungsmechanismus nicht mehr funktionieren. Also das ist das Rendering von, äh, davon, das ist so weird, aber man sieht an der Outline, dass jetzt, wir sind jetzt auf der Grundfläche von dem, von der Statue. Wow. So, pass auf, wir machen mal kurz den hier und den hier. Wir nehmen das restliche Light Stained Glass. Dann ist der hier schon leer. Wow. Äh, Spiel. Was tust du? Wobei, wir müssen eigentlich ja nicht verschwenden, oder? Doch, müssen wir, weil wir, weil durch das Glas würden wir sehen, dass hier eine Lücke ist. Ähm, pass auf. Wir müssen einmal kurz den hier machen. Hast du schon mal was für Kupferblöcken gebaut? Ähm, das Sägewerk am Fluss. Das, äh, da haben wir ein Dach aus Kupfer gemacht. Wo wir das Wasserquadrat hatten. Hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sich das mit, mit der Statue nicht ein bisschen beißt. Müssen wir später mal gucken. Okay, ja, das ist, das ist sehr sketch. Das ist extrem sketchy. Mit Honig drauf. Sonst würde ich sagen, nee, ich hab keinen Honig drauf gemacht. Das darf ruhig ein bisschen altern, weil das ist nicht so krass, wenn, wenn, äh, wenn man Kupfer nebeneinander packt. Das ist der Effekt sehr stark reduziert. Und man kann im Nach-, äh, im Notfall ja immer noch sagen, wir gehen nochmal mit der Axt drüber. Aber es darf ruhig ein bisschen altern. Guckt euch das an. Guckt euch diese Scheiße an. Dadurch, dass wir natürlich jetzt mehr Platz eingeplant haben in dem Sockel, kann man natürlich auch überlegen, ob man hier nicht irgendwas versteckt. Dass man vielleicht sagt, unter Wasser ist vielleicht ein kleiner Eingang. Und dann kann man hier vielleicht irgendwas reinpacken. Die Frage ist, was? Also wir hätten ja vier Sockel, die man theoretisch mit irgendwas füllen könnte. Da muss ich ja nur überlegen, mit was man das füllen könnte, weil, äh, ich meine, gut, irgendeine Farm, die man sonst vielleicht nicht unbedingt sichtbar haben möchte. Leider gibt es keine Erbsen in Minecraft. Oh, Erbsen wären perfekt. Erbsen wären perfekt. Also wer weiß, was es mit dem Schreien auf sich hat. Und was ich hier mit dem Farbschema mache. Und jetzt auch noch Erbsen. Also das sind genug Hinweise, um darauf zu kommen. So, pass auf. Machen wir die Seite oder machen wir die Rückseite? Wir machen eigentlich mehr Sinn, die Seite habe ich zuerst zu machen, oder? Willst du denn etwa Erbsen zählen? Nein, aber leckere Erbsen farmen und verkaufen in Konservenosen. Äh, wir brauchen Licht. Aber ich glaube, ich muss nach diesem Scream muss ich das als allererstes, also erstmal Raidfarm sowieso, zum, äh, Items heilen. Und dann muss ich mich auf die AFK-Plattform stellen, über der, äh, über der Ozeanmonumentfarm. und damit irgendwie so es ist auch es ist oder Huch. Sonst Mittelklick machen wir... So. Wieso funktioniert Mittelklick gerade nicht gut? So. Fängt meine Maus jetzt... Also mein Mausrad jetzt an, eigene Inputs zu geben. So, ich drücke jetzt extra vorsichtig. So, schon wieder. Ich drücke, aber gleichzeitig gibt er noch den Befehl, dass ich scrollen will. Irgendwann wird das nochmal mein Tod sein. Okay, warte. Das da ist inkorrekt. Ist es runtergefallen? Nee. Sieg, Sieg, Sieg llamen nicht zu even. Okay, what? Also Pickblock will sich gerade mir einfach nur widersetzen. Also Pickblock will sich gerade mir einfach nur widersetzen. Also Pickblock will sich gerade mir einfach nur widersetzen. So, jetzt auch die Rückseite. Oh, das wird sehr, sehr eng. Also ich habe das Gefühl für die, ähm, für die, ähm, für oben wird es, für den Boden wird es nicht mehr reichen. Da geht's. Oh. 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 Ich habe in der Vergangenheit wirklich zu wenig mit Seelaternen gebaut, dass ich da nicht mal für einen Vorrat gesorgt habe. Das und Smoothstone. Huch. Doch. Hier, noch einer und dann hier. Wie sieht es tagtechnisch aus? 1996. Hier, noch einer und dann hier. Wir haben keinen Stein mehr. Also zumindest keinen Smoothstone. Na. So, aber wir können zumindest nochmal das Grundgerüst weiterziehen. . Wir können auch nicht wiederholen. Oh. 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 Alter. Hebs doch auf! Wieso muss dann das Item auch noch runterfallen? Hallo. Schwier. Lass mich fliegen. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Normale Steine haben wir ja noch. Wir müssen das hier mal ganz kurz prototypen. Hier ist natürlich total total, dass das so komplett weird ist. Also wenn man diese Querlinie zieht, dann ist hier halt so eine komische Lücke. Wobei es fügt vielleicht auch was für die Maserung hinzu. Ist vielleicht okay. 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 Und damit verbrauchen wir auch so ziemlich genau unsere Dings, unsere ganzen Seelaternen. Und damit verbrauchen wir auch so ziemlich genau unsere Dings. So, mehr ist in der Hinsicht jetzt auch gerade leider nicht drin. Das heißt, das einzige, was wir jetzt noch machen können, ist anfangen, die Statue zu ziehen. So, mehr ist in der Hinsicht. So, boom. So, mehr ist in der Hinsicht. So, die hier sind eigentlich ja nur für, dass ich weiß, wo die Beine sind. Aber ich muss einen Boden haben. Mach ich gleich, wenn ich die Schematic ausschalten kann. Okay, so viel da, okay, ich hatte gar nicht so viel dabei. Wir machen mal kurz hier die Lampen hin. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist sehr uncool. Vielen Dank. Also man sieht, es ist voll viel gerade. Soll ich den Shader ausmachen? Das wird gerade doch ein bisschen trippy, glaube ich. Ja, das ist sehr trippy. Wir haben nicht wirklich eine Wahl. Ja, das war ja davor Augenkrebs-Level. Ja, das war ja davor. 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 ... ... ... ... ... ... ... Hat der Dude, den du da gerade baust, schon einen Namen? Ja, hat er. Ja, hat er. Ja, hat er. So, theoretisch müsste damit jetzt alles grob gewireframed sein und den Rest müsste ich eigentlich so einfüllen können. Und das Detailing muss ich sowieso dann mit einem Screenshot machen, also da kann ich nicht auf die Schematic zurückgreifen. Also auf ihr mache ich nur nochmal, weil ich für die Augen, beziehungsweise ich überlege, für die Augen muss ich noch gucken, wie ich das am geschicktesten löse. Deswegen ziehe ich hier gerade schon mal rein. Nicht wundern, hier sind gelbe Froglights. Aber das liegt nur an dem Testmodell, was ich gemacht habe. Ah, da habe ich aber schon was falsch gemacht. Mir fehlt ein bisschen die Minecraft-Musik. Musik. Ja, aber Musik ist an bei mir. Aber jetzt gerade ist es sehr ruhig, da hast du schon recht. Musik. 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 So, jetzt können wir auf jeden Fall die Schematic ausschalten. Musik. 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 Okay, ne, sind gleich groß. Okay, ne, sind gleich groß. Minecraft Musik läuft im Hintergrund. Oh, im Hintergrund, das läuft aber auch, das läuft immer auch in Dauerschleife. Also, ich hab, immer wenn ich Minecraft mal irgendwie im Hintergrund laufen habe oder zumindest ein Hauptmenü offen habe, weil ich auf dem Server war oder vielleicht noch später draufjoinen will, läuft das ja wirklich die ganze Zeit. Okay. 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 Okay, wir brauchen mehr Steine. Ich habe das Gefühl, das könnte nicht... Es könnte sein, dass das nicht genügt. Das wird nicht genügen. Das wird vorne und hinten nicht genügen. Wenn ich Glück habe, ist noch was in meiner Ender-Chest. Ich will ungern in den Neter springen müssen, weil es immer blöd ist mit Replay-Mod. Ich will ungern in den Neter-Chest. Ich weiß, dass du bist von der Minecraft-Musik genervt. Das, was im Hauptmenü läuft, die Schleife, geht mir inzwischen schon ein bisschen auf die Nerven, ja. Ich weiß, dass du nicht genügt. Ich weiß, dass du nicht genügt. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt geht auf einmal die Musik los. So, das ist die linke Schulter. Ne, das ist die rechte Schulter gewesen. Linke Schulter ist hier. Die haben wir sogar schon. Ja, das wird, das wird nicht hinhauen mit, ähm... Wait. So, unsere Steinekiste müssen wir demnächst wahrscheinlich auch noch auffüllen. Ja gut, ich habe ja nichts gegen die Minecraft-Musik an sich. Ich habe nur, ich finde nur langsam halt den Track, der im Hauptmedio läuft, ein bisschen anstrengend. Gut, der eine Track im End, äh, der triggert mich immer so ein bisschen, weil ich dann immer denke, das Spiel stürzt gleich ab, weil das so glitchy, äh, klingt, äh, klingt und, äh... Im Neta, der eine ist ja so ein bisschen übertrieben. So, theoretisch habe ich eigentlich auch hier übertrieben. Also das hier hätte nicht sein müssen, aber... Ich habe jetzt mal einehme, die in quasi Quit. Ich habe ja noch übrig, wie ich ganz beanspr 여기 angeht, daher glaube ich also schon für auch ihr rauekommen. Bye. 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 Will man jemanden hydrieren einlösen? Hilfe! Nö. Kanalisiert da etwa jemand seine innere Angela Merkel? Nö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, so. Boah, ich dachte schon, was ist das jetzt? Hydrieren, na dankeschön. Kann man schon trinken, Leute? Ja, das ist wichtig. Okay, doch, ist richtig. Ich dachte erst, ich hätte einen Fehler gemacht, aber nope. Ich bin Spinny-D, ich mache keine Fehler. Also außer, wenn ich es doch tue. Okay, ja. Ja, das wird leider nicht genügen, steintechnisch, glaube ich. Wir haben leider auch nicht mehr, außer den Stone Slabs. Leider trage ich für gewöhnlich nicht mehr Steine mit mir rum. Was ein Jammer. Ich habe unterschätzt, äh, was für ein, äh, ist es, nee, warte, was war die Gesamtfläche, wenn man alle Flächen zusammen war? War das der Flächeninhalt oder war das nur, wenn es eine einzelne Fläche ist? Ich habe es auf jeden Fall unterschätzt. Jetzt laufen das S4-Lösungsbuch, machen wir doch keine Fehler mehr. Eben. Ich bin per Definition unfähig, Fehler zu machen. Und dann, wenn ich es so, wie 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 Ja, okay, uns gehen die Steine aus. Das kann ich jetzt aber so nicht stehen lassen. Okay, wow, das ist jetzt aber sehr, ähm, sehr, sehr genau. Ähm, ich fürchte, da müssen wir noch einmal zurück. Auf die Gefahr, dass, äh, Repay-Mod mich dafür hassen wird. 19,98, das passt. Ja, stimmt, ich habe ja ein paar Drowned getötet, das hat natürlich auch meine, meine Schuhe geheilt. Ja, okay. Okay, hier kommen gerade noch Steine durch. Warum auch immer. Nehmen wir einfach die Kiste mit. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Sondanausgang ist in der Richtung Aber es ist offiziell Anfang von Tag 1998 Warte, ich habe die falsche Das ist so irritierend, dass der Pickup-Sound Jetzt auch kommt, wenn man Items wegwirft Also das liegt ja an einer meiner Mods, aber es ist irritierend Not gonna lie So, hier muss eine Lampe hin, weil sonst Sonst haben wir noch umgebetene Gäste innerhalb der Statue So, hier muss ich noch umgebetene Gäste innerhalb der Statue So, hier muss ich noch umgebetene Gäste innerhalb der Statue Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind sogar schon auf Tag 1990. Mensch, dann warten wir nicht noch, würde ich sagen, noch hier. Wir können jetzt auch den Shader wieder anmachen. Morty TNT war früher eine coole Mod. Ja, es gibt ja, also das finde ich auch so ein bisschen schade. Das habe ich auch letztens wieder bei einem Hand of Blood Video. Vor einer Weile hat er ja ein Video gemacht, Dark Souls mit allen Mods. Wo dann irgendwie sein Team ihm dann so ein Modpack zusammengestellt hat. Was total kaputt war. Da habe ich halt schon ein paar Sachen zu geäußert. Und es war halt, dann hat er das wieder gemacht jetzt als neues Format und dann angefangen mit Skyrim. Und ich habe eigentlich, ja in den ersten Minuten kamen mir genau die gleichen Probleme wieder, weil ich gesagt habe, es wurden einfach Wildmods zusammengeschmissen. Und das soll jetzt irgendwie lustig sein. Und ich denke mir so, jemand mit der Reichweite und vor allem auch mit dem Team, also abgesehen, wo du dich bei dem Team ein bisschen über Qualität erwartest, ich bin so, jemand mit der Reichweite könnte seinen Beitrag dazu leisten, dass man Mods, also ich finde, das ist so ein bisschen verkommen, dass man bei Skyrim-Mods vielleicht nicht oder generell bei Mods halt nicht an die ganzen Meme-Mods und Nackt-Mods und sonst alles denkt, sondern halt wirklich an die Sachen, die halt richtig geilen Content hinzufügen, wo einfach richtig viel Arbeit drinsteckt, wo die einfach echt mal einen ordentlichen Showcase verdient haben. Ich meine, ja gut, man muss dazu sagen, die Skyrim-Mods, dass Drachendurchzüge ersetzt werden, die ist nie nicht lustig. Aber da dachte ich mir auch, bei manchen Mods so, die hätten alleine ein Video getragen. Warum mussten dann noch irgendwie zehn andere Mods sein, die dann wieder, also das hat alles voneinander wieder abgelenkt. Aber es ist halt dieses, ne, also manchmal ist weniger halt mehr, das ist, das begreifen manche Leute irgendwie einfach nicht. Ja, macht, also auch nur zwei Plätze. Defekt-Modden, naja, guck mal, ja, das ist halt auch, das ist halt das, was ich mir denke, so, es könnte so viel mehr sein. Es könnte so viel mehr sein. Ich meine, die, vor allem da er ja nicht weiß, was es an Mods gibt, drin ist. Ist ja auch noch die Reaktion, auch noch mal eine andere. Also das, das kann er natürlich als mit einem Team natürlich machen, als er als Einzelperson nicht machen könnte, wenn er sich selber zusammenstellen muss. Also mir gefällt der Licht-Effekt. Not gonna lie, also wenn man das doch bis nach unten zieht, dass das bis in den Boden reingeht, also ich glaube, das könnte sehr cool sein. Dann kann man auch wirklich unter Wasser vielleicht noch irgendwo einen Eingang verstecken und irgendwas in den Sockel reinpacken. Und jetzt stellt euch vor, die Statue leuchtet auch noch. Also das, ich, ich stelle mir das, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie es von hier aus aussieht. Wir stellen uns jetzt mal hier in die Mitte vor dem Schrein. Also wenn das so, das ist der Effekt, den ich haben wollte. Das ist der Effekt, den ich haben wollte. Jetzt ist halt nur die Frage, wollen wir, dass der, dass die Statue auf die Insel schaut oder weg von der Insel? Weil ich glaube, normalerweise schauen hier solche Statuen weg von der Insel, wie ich bereits meinte. Aber wie gesagt, ich finde halt, in dem Zusammenhang macht es mehr Sinn, wenn sie auf die Insel schauen. Also kommt darauf an, bewachen sie die Insel vor Bedrohungen von außen oder beobachten sie die Bewohner oder sollen sich die Bewohner beschützt? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich beides haben, aber es geht halt nicht beides. Und da wir die Statuen ja meistens von hier sehen werden, macht es, finde ich, mehr Sinn, wenn man das Gesicht auch sieht. Aber wir werden sowieso, für die anderen Statuen werden wir auch Froglights benötigen. Deswegen müssen wir uns da drum dann halt auch kümmern, wenn wir auf 1,20 gehen. So, pass auf. Solange es noch Nacht ist, sollen wir vielleicht ein bisschen Ausleuchten spielen. Das ist ein Unterschied. Okay, jetzt kommen die natürlich die ganzen Mobs zu mir. Also ausleuchten muss ich tagsüber machen. Das ist Quatsch sonst, weil die Creeper machen mir sonst alles kaputt. Bacon. Das ist nichts von dem, was ich meinte. Wie wir auch heute auf Discord festgestellt haben, Geisel ist nicht das gleiche wie Geisel. Darf man nicht verwechseln. Okay, das ist doch das haut hin. Hier ist alles Spawn-Proof. Das war auch Leuchtschel. Ach, Sealand, wie gesagt, dafür muss ich wahrscheinlich ein paar Nächte AFK an der Farm verbringen, an der Guardian-Farm. Wir haben bis jetzt so wenig mit dem Zeug gearbeitet. Minecraft mit Half-Life-Added-Zombies sowie Headcrabs, das macht Angriff auf Dörfer gleich viel spannender. Ganz ehrlich, wie gesagt, dieses Datapack, was ich geschrieben habe, Survivors Elegy oder wie das hieß, das ist halt Content, der kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil der Typ, der das gemacht hat, wird sich so viel Arbeit damit gemacht haben. Aber von, was sagen Gedanken reingeflossen werden, dass das auch konzeptionell passt. Und was kriegt dann im Vergleich dazu die Aufmerksamkeit von Creatoren, ne? Das ist... Und ich denke mir, gerade bei den großen Creatoren kann ich, denke ich mir, irgendwie so... Wenn es irgendwie in euer normales Thema passt, könnt ihr sowieso euren Leuten alles schmackhaft machen. Also wenn ihr Minecraft-Content macht, dann müsst ihr da mit einer Zuschauerbasis habt, dann müsst ihr nicht auch noch, ne? Die Meme-Mods krampfhaft überall reinschmeißen. Ihr könntet auch so Mods covern, die halt wirklich, ne? Wo Arbeit reingeflossen ist. Das ist so irritierend, das wirkt so dunkel hier, aber es reicht halt gerade so, dass da nichts spawnt. Ich muss sagen, mir gefällt die Insel langsam ziemlich gut. Da ist ja auch noch dieser kleine Ausläufer. Oder beziehungsweise... Das ist ja schon fast eigenständig. Da auch. Und hier könnte man auch noch einiges draufsetzen, wenn man wollte. Aber ich bin halt sehr unkreativ, was, äh, was, äh, Funktion angeht. Vor allem, wenn sie nicht wirklich eine Funktion erfüllen. Und hier sollen, wären auch wenn keine richtigen Häuser, es wären halt mehr so, mehr so glorifizierte Höhlen und so. Hobbit-Löcher. So, ich glaube, um 0800 geht, glaube ich, der Tag offiziell um. So, ich hoffe, dass jetzt hier im Umfeld nichts spawnt. Sowieso nichts, was in Agro-Reichweite ist. Ich meine, mir passiert nichts, aber... Halt der Umgebung. Was ist das hier? Warum ist das hier markiert? Was ist... Was ist mit diesem Block? Ist das hier irgendwas... Ist das hier der Referenzpunkt für irgendwas? Habe ich irgendwas mit dem Stick mal gemacht, dass ich hier irgendwie draufgeklickt habe und deshalb jetzt hier irgendwie eine Selektion ist? Ja, ah, hier, das ist das da. Warte. So, hier. Also, das ist schon, finde ich, ein geiler Anblick. Wenn man jetzt noch ein paar von den Bäumen da oben wegrasiert... Sind da Spinnen drauf? Kann eigentlich nicht sein, oder? Weil Spinnen normalerweise ja nicht... ...auf Blättern spawnen können. Okay, da läuft definitiv irgendwas rum. So, leider hat es nicht mehr gereicht, dass wir die Statue fertigstellen konnten. Aber wir haben offiziell Tag 2000. Nach über... Es ist einfach schon... Die Welt ist jetzt auch einfach schon über drei Jahre alt. Diese Welt ist jetzt alt genug, um offiziell in den Kindergarten zu gehen. Ausleuchten oder macht das wie ein gewisser Minecraft... ...Unser Minecraft-Tuture, man benutzt einen Shader oder was auch so ist, dass es halt selbst nach dem Minecraft Tag hell ist. Nach dem Minecraft trotzdem doch Zombies und... Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wen du meinst. Ich kenne mich mit deutschen Minecraft-Youtubern ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich aus. Die Zeiten sind vorbei. Zählt in Mango als deutscher Minecraft-Youtuber? Weil man... Der macht ja keinen deutschen Content. Panayago, danke für die 100 Bits. So, pass auf. Aber ich glaube, wir müssen hier mit den Bäumen ein wenig... Also das geht nicht. Die hier oben, die müssen weg. Ähm... Okay, what? What? Excuse... Wait a minute. Das ist mir gerade auch neu. Food. Arrows. Also, alles... Das war... Die Funktion habe ich gesucht. Ich muss... Okay, interessant. Diese Funktion, dass er einfach aus dem Furka-Boxen alle Sachen auffüllt. Gerade aus der Lichtkiste. Ja, da ist wieder die Minecraft-Musik. So, jetzt müssen wir aber mal kurz... Was haben wir jetzt alles da gelassen? So, wir lassen den Arm trotzdem jetzt noch ein bisschen ausklingen. Mit ein bisschen von dem Grind, was wir... Was wir noch erledigen müssen. So, zumindest die beiden großen Bäume hier. Die stehlen gerade der Statue so ein bisschen die Show. Das ist absolut, ähm... Inakzeptabel. Das fiese ist ja immer, dass hier immer die Baumkronen übrig bleiben. Weil da immer ein Holzblock ist, den man unter dem ganzen Gras nicht sieht. Und das ist halt jetzt auch schön, gerade mit den Ambient-Geräuschen. Ich muss jetzt gerade so einfach so an Sans denken. It's a beautiful day outside. Oh! 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 Cool. Jo, warte, das geht. So, pass auf. Am besten aus Goldblöcken, die Zahl 2000 waren. Ganz ehrlich, Goldblöcke und Emerald, also es müssten dann schon Diamantblöcke sein, weil die sind nicht renewable. Der Rest ist halt absolut Willow. Huch. Moment. So, wir machen mal kurz hier. So. 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 So, jetzt müssen wir irgendwie, ich muss mir immer überlegen, ob ich jetzt doch, wenn ich jetzt diese Funktion habe, Moment, dass ich hier einfach den hier machen kann und meine Sachen auffüllen kann, die ich in Chests habe. Also, dann sollte ich vielleicht doch überlegen, ob ich vielleicht nochmal die Flugausrüstung und die Nahrung, also ob ich die Schulkerboxen dauerhaft mit mir rumschleppen will. Das Inventar ist halt so winzig. Ja, das ist besser. Weil der hat den Tor so verdeckt. Hier, das ist okay, das verdeckt nur ein bisschen vom Arm. Das ist okay. Das ist gut, das ist gut. Das war's für heute. Hoch. What the fuck? Einfach Todesfalle hier. So, Frage. Wie hat man nochmal den Nummernblock als Tastatur benutzt? Weil damit habe ich ja immer das gemacht, dass ich den nicht gedrückt halten muss. Wir bringen dann gerade noch unsere Spitzhacke auf fast kaputt, bevor wir die reparieren gehen. Die ganzen können sich auch die Smart Blöcke nutzen um die Zeit 2000. Ja, aber sind auch Below. Also Smart Blöcke habe ich in so rauen Mengen. Das ist inzwischen an einem Punkt, das ist besser, wenn ich Beacons da rausbaue, als aus Eisen. Ich überlege gerade, ob man irgendwie... Mechanismus hier erweitern könnte, dass wenn die beiden Pistons gesperrt sind, die mich hin und her schieben, dass auch die Hopper, die die Items aufsammeln, gesperrt sind, weil dann würden sie keine Leistung ziehen, solange die Farm nicht in Betrieb ist. Das ist besser, wenn ich mich hin und her schieben, wenn ich mich hin und her schieben, Ich glaube, so viele Diamanten habe ich leider nicht. Das Ding ist, ich baue auch so ungerne die Erzblöcke ab, weil ich mir immer denke, irgendwann baue ich mal mit den Erzblöcken was. Deshalb versuche ich eigentlich immer davon eine gewisse Anzahl eigentlich auf Vorrat zu haben. Also gerade Diamant. Andererseits gibt es uns das halt auch im Grunde mal irgendwann wieder in Höhen zu gehen. Ist doch absolut spannend gerade, oder? Komm, ich wollte eigentlich auch den Superschmelzer gerade aktiviert haben, dass das schon mal ein bisschen anfängt zu laufen. Pass auf, Moment. Okay, hier ist es offenbar noch nicht angekommen. So, die ist voll, ja. Ja. Da kann dann Glas rein und, ja, genau. Das kann weg, das kann weg. Die können durch das Sortiersystem. Musik 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 Okay, da musste ich niesen, ein hoch auf die Mute-Button, also außer ihr wollt alle einen Hörsturz haben. So, jetzt müssen wir den Superschmerz aber natürlich auch aktivieren, weil sonst ist das ein bisschen sinnlos. Und sofort haben wir hier Rotlicht, weil die Furnaces auch... Wow. Aber ich merke, ich muss definitiv mir ein gewisses Polster anschaffen, was Steine angeht. Und dann halt in Smoothstone investieren. So, 500, 24, das reicht einfach noch für 2000. 1000. So, 100. So, 100. So, 100. So, 100. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, komm schon. Bis noch jetzt. Das sind noch 78 Nutzungen. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Ja, ach, guckt euch den. Alter, guckt euch den Backlog an. So, hier, das hier kann überhaupt nicht sorten, aber es ist okay. Wasserhaft, dann haben wir hier auch einmal unsere andere Spitzhacke. So, wir haben 48, also ich würde mal einen 64er-Stack davon würde ich behalten. Und wir haben hier. Gut. Äh. Wir haben drei Diamanten. So, das ist jetzt nicht die Welt. So, 48, 50, 114. Das ist nicht viel. Also nicht für das, was wir vorhaben. Ich werde vielleicht ein bisschen tricksen müssen. Also, um die Anzahl zu minimieren. Okay. Also, um die Anzahl zu minimieren. So, wer will raten, wie viele da rauskommen? Ich glaube, im Durchschnitt sind es ja irgendwie zweimal oder 2,3 mal so viel. Wait. Heilen wir zumindest mal den Elytra, bitte. So, Fast 4 Stacks. Das ist nicht übel. So, hast du alles verteilt? Ja. Ja. Das sind 28 Blöcke. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Also, ich glaube, die 2000 können wir damit knicken. Also, zumindest als Zahl. Wir können ein bisschen tricksen. Das Ding ist, wir wissen sowieso entweder nach da oder nach da. Ich glaube, Sorum macht mehr Sinn. Bruh, not stonks. Ja, wir hatten halt nicht wirklich Grund bis jetzt. Ja, das ist, das ist, glaube ich, die effizienteste Art. Wir können übrigens den noch. Ja, sonst sieht es aus wie ein Set. Das ist halt die, wie heißt das, diese 8-Segment-Schreibweise. Wenn wir sonst gucken. Also, selbst wenn wir so kleine Nullen machen wollten, wären das schon 8 Diamantblöcke. Also, als Zahl ausgeschrieben können wir es knicken. Was wir aber noch machen können. So, kriegen wir es hin, dass das, dass das gut aussieht. Warte, dafür muss es aber, glaube ich, so. So. Sieht ein bisschen sketchy aus. Ich glaube, das ist, also, ich glaube, viel schöner kriegen wir es unter den Bedingungen nicht hin. Warte, dafür machen wir mal gerade einen schönen Screenshot. Wobei ich den vielleicht gar nicht für Thumbnail verwenden werde, sondern einfach die, äh, was aus der Aufnahme, weil wir dann auch die Hotbar sichtbar haben. Aber ich denke, das können wir eine Weile nicht so stehen lassen, finde ich. Not gonna lie. Und das Lustige ist, wir brauchen nicht mal einen zusätzlichen Diamantblock, wenn wir, ähm, wenn wir auf 3K gehen wollen. Weil wir müssen nur den hier hinpacken. Lass uns einfach mal, das klaut ja niemand. So, einfach absoluter Flex. So, dann. Gehen wir einmal zur Raid Farm. So, dann. Ups, das ist zu weit. Wo du gerade von Flexen sprichst, wie weit bist du in Minecraft? Es kommt halt darauf an, wie du Reichtum in Minecraft misst. Also ich meine, man hat ja gerade gesehen, ich habe jetzt noch einen Stack Diamanterz jeweils vom Normalen und vom Deep Slate übrig gelassen. Und ich finde, du musst eigentlich, wenn du auch von Reichtum gehst, eigentlich schon einen Block nehmen, der entweder nicht erneuerbar ist oder der schwer zu farmen ist. Ich meine, Beacons bin ich ja zum Beispiel auch komplett busted. Okay, als ob die Items immer noch da sind. Ähm, ja, dann haben wir... Warum ist hier so wenig? Ach, warte, ich glaube, weil das meiste erstmal hier landet, ne? Ja, also... Wir haben, ähm, da keinen Mangel. Wir können, wir können hier noch, ähm... Ein bisschen was ändern. Wir können... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist einfach ein Drowned So, also wir brauchen noch ein paar Emeralds mehr, bevor wir Das Beacon Kit austauschen können, aber es ist okay So, jetzt benötigen wir Oh, nein! Nein, 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 nein Das ist wichtig, dass das drin ist Wir können ja mal kurz hier Ja, ja, das ist gut Warum sind zwei Raider remaining? Warum sind zwei Raider remaining? Was ist hier los? Hä? 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 Warum sind die hier? So, pass auf Lass uns aufpassen wegen der Wechsel Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht das Problem haben, dass Das jetzt Wechsels nachspawn Zum Glück werden die Wechsels hat auch hiervon getroffen Aber die Frage ist halt Wissen jetzt dadurch die Evoker, wo ich bin? Was ist hier? Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ach Leute, nicht schon wieder. Ich will nicht jedes Mal da rüberfliegen müssen, um dann einen Raid-Captain zu suchen. Pass auf, wir markieren mal kurz die Stelle da. Aber das finde ich weird, dass da oben die zwei übrig geblieben sind. Die sind ja nicht richtig despawned. Aber warum? Die sind nicht sauber despawned, deswegen hat das nicht gereicht, dass ich den einen Raid-Captain töte. Und das ist halt super fies, wenn da ein Evoker dabei ist. Wo ist Waldo? Aber wo ist... Was ist ein Raid-Anführer? Ja, warte, wir nehmen gerade mal kurz das andere Neverred-Schwert. Und die Farm ist halt normalerweise sehr sicher, aber das Problem ist, wenn halt man die Farm nicht richtig zurücksetzt, dann wissen die Evoker, wenn man Pech hat, dass du da bist und dann spawnen sie Vexes. Und Vexes sind natürlich die absolute Geißel der Existenz von Hardcore-Spielern, was normale Mobs angeht. So, ich meine, Pillager werden ja nicht berührt davon, wie hell es ist. Also machen wir mal kurz hier ein bisschen angenehmer für die Wortzuschauer. Komm schon, ich brauche einen mit, äh, mit einem, mit einem Raid-Anführer. Mit einem Banner. Ich werde wenigstens spawnen hier keine Evoker. Herr, ich werde wenigstens von wie mit einem Hallo! Hat ja dieses Mal wenigstens nicht zu lange auf sich warten lassen. Verstehen wir mal kurz zu oberen. Hau dich aust ripen. Sehr gut hier. Ach, ich muss schon mal kurz abziehen. Soll das nicht richtig gut. Also, ich glaube, ich bin hier im Verstand der Fighting. Ich glaube, wir können hier ein bisschen nach oben gehen. Also, wir müssen hier nur noch ein paar Seiten drin sein. Ich glaube, wir müssen hier durchführen. Ich bin hier über 20 Minuten dran. Wir wissen den Grund, warum du Abwanderung unsere Laternen benutzt. Ähm, ja. Erstmal plus 1 Lichtlevel. Werden nicht von Wasser zerstört. Können unter Wasser platziert werden. Und sehen halt auch nicht so billig aus. So, Zeit für Stomps. Wir müssen richtig hier rein. Damit wir auch mit den XP überschüttet werden. So, das. Schon ist unser Inventar voll. So, ich würde mal sagen, wir stehen hier noch bis 11. Und dann, äh, gehen wir zur Guardianfarm. Und ihr so, wie verbringt ihr den Abend? Und dann, äh, gehen wir zum nächsten Mal. Okay, got Anchor. Ja. Ich hab den springen. Dann, komm gleich zur bead. Ja? Welche Farben besitzt du mittlerweile? Ähm, ja, gute Frage. Ich meine, allein Crossroads-Tempel hat ja schon einige. Ich meine, wir haben dann eine Lava-Farm, eine Dripstone-Farm, Zuckerrohr, ähm, Klorbus Melonen, alle 16 Farben von Wolle, geplant ist noch eine Clay- beziehungsweise Mud-Farm, aber das ist schon ewig geplant und ich habe im Moment auch nicht wirklich den Bedarf für. Äh, Superschmelzer, den Steingenerator, den wir gerade benutzt haben, ich habe eine Nano-Kelb-Farm mal irgendwann da reingebaut, die wir aber jetzt, aber mit der Lava-Farm eigentlich total überflüssig geworden ist. Ähm, dazu ist das alles, was in Crossroads-Tempel ist. Dann im Neta natürlich die, äh, River-Skelet-Farm mit Blaze-Farm, also mit Blaze-Barner. Wir haben die Gold-Farm auf dem Neta-Dach, wir haben die, ähm, Eisen-Farm in den Spawn-Chants. Wir haben die Schulker-Farm, die gerade aber nicht aktiv ist, weil der Schulker, äh, verreckt ist. Und wir, ich habe, ich habe da nicht den Sinn, jetzt einen Ersatz-Schulker da reinzupacken, auch wenn wir welche hätten, ähm, weil wir einfach kistenweise Schulkerschells haben, die wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Aber die, die geht halt, die ist ja dimensionsübergreifend, die geht ja auch in den Neta rein. Dann haben wir natürlich im Ende die Enderman-Farm. Wir haben hier diese Raid-Farm, wir haben die Guardian-Farm. Ich glaube, das war sogar alles. Okay, wir haben natürlich zwei Raid-Farm, muss man bedenken. Die alte ist ja jeden Meter weiter gefühlt. Aber die ist natürlich nicht so effektiv. Also ich sage mal so, das, was ich hier mache, hier, das hat ja gar keinen Einsatz. Bei der Raid-Farm musste ich halt nach jedem Raid runterspringen, wieder hoch, und dann, ähm, eine bestimmte Minute lang wieder, bzw. dann wieder die Gegner töten. Vor allem konnte es halt auch nicht wirklich viel schneller werden, weil eine Minute da zwischen den Raids da gehen muss, was diese Farm hier halt umgeht. Eine Minute. Und was eigentlich auch ein Vorteil an dieser Farm ist, sie ist sicher. Also bei der anderen Farm ist, ich hatte, was heißt nicht gerade Close Calls, aber wenn du da Pech hast, hattest du auf einmal dann irgendwie 20 Wechsels um dich herum. Und das passiert hier eigentlich nur, wenn du die Farm nicht korrekt zurücksetzt. Die Austria, gute Nacht. Schlaf gut. Also wenn du die hier nicht richtig zurücksetzt, dann können auch hier Wechsels kommen, aber ansonsten werden Evoker nie aktiv. Dementsprechend ist das hier auch einfach super safe. Aber ich sollte vielleicht trotzdem mal gerade auf, wo ich weitergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, gut, bitte schau, wo ich schneide, denke ich natürlich nichts. Okay, gut, bitte schau, bitte schau. Okay, gut, bitte schau. So, ich denke mal Level 100 ist auf jeden Fall noch drin. Okay, gut, bitte schau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020